Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloche-Studio-Kanal. Hier und heute wollen wir mal über vier Top-Trainer reden, die aktuell vereinslos sind. Und zwar ist mir die Idee gekommen, als eben Aston Villa Interesse an Pochettino hatte und es da großes Interesse gab, ob er dorthin geht oder nicht. Der soll ja einer der Kandidaten gewesen sein. Am Ende war es Unai Emery, der gewechselt ist. Da muss ich echt sagen, habe ich es irgendwie verplant, dass der vereinslos war. Das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. Irgendwie hatte ich den abgespeichert noch bei Villarreal, aber da ist er ja nicht mehr. Und auf jeden Fall wollte ich da mal so auf vier oder allgemein auf den Freimarkt der Trainer darauf achten, auch weil ich mir für Juve beispielsweise unbedingt einen neuen Trainer wünsche. Und wollte mal schauen, wer ist denn da eigentlich? Und ich habe heute vier Kandidaten und wir werden das heute so gehen. Ich stelle euch natürlich erstmal den Trainer vor. In der Regel kennt ihr die alle auch schon. Und dann werde ich einfach mal meine Gedanken, das sind jetzt nicht News und dies und das, das sind nur meine Gedanken, wo ich mir diesen Trainer gut als nächste Station vorstellen kann. Und wir fangen gleich mal an mit einer deutschen Beteiligung. Und zwar Joachim Löw, inzwischen 62 Jahre, ist seit dem 31.07.2021 verfügbar, ist natürlich, wie ihr alle wisst, mit Deutschland WM-Sieger 2-14 gewonnen, hat den DFB-Pokal mit Stuttgart gewonnen, das ist aber schon eine Ewigkeit her, 1996-97er Saison. Und wo kann ich mir Joachim Löw gut vorstellen? Denn Löw war halt extrem lange Zeit Nationaltrainer und war dabei auch noch extrem erfolgreich, muss man sagen. Ich weiß, dass Löw immer viele Kritik gehabt hat, aber man muss ja einfach mal festhalten, Löw war immer jemand, der kein Problem hatte, die jüngere Generation ranzulassen, auch wenn es sehr, sehr unbeliebte Entscheidungen waren manchmal. Er war immer mutig genug, das durchzuziehen. Er hat eigentlich immer guten Fußball spielen lassen. Nehmen wir mal die absolute Endzeit mal weg. Da war es nicht mehr ganz so gut, aber über die meiste Zeit seiner Amtszeit auf jeden Fall. Er hat Erfolge gefeiert. Eigentlich war Deutschland unter Löw immer ein sicherer Halbfinalkandidat, was von der Konstanz ja über all die Jahre eigentlich brutal krass ist. Dafür kriegt er viel zu wenig Credit, meiner Meinung nach. Und er hat auch den Big Win 2014 geschafft, indem man den WM-Titel geholt hat. Wo kann ich mir Löw vorstellen? Und hier ist die Range jetzt schon ein bisschen groß, aber es gibt für mich zwei Teams, da könnte ich mir Löw gut vorstellen. Nummer 1, der FC Barcelona. Warum Barcelona? Weil das, was Löw spielen lassen hat bei Deutschland, war ja so ein bisschen adaptiert vom Spanisch-Basselona, vom Spiel von Barcelona und Spanien. Und er würde da eben mit seiner DNA sehr, sehr gut hinpassen. Gleichzeitig wäre er eben ein erfahrener Mann, denn ich denke nicht, dass nachdem Xavi dann gescheitert werden sollte, sofern sie einen neuen Trainer suchen, dann, dass sie nochmal einen anderen, jüngeren Trainer sich jetzt suchen würden, sondern schon Erfahrung. Und ich denke, da würde Löw sehr, sehr gut hinpassen. Er hat die richtige DNA, er hat die richtige Idee, wie er spielen will. Er würde gut reinpassen, er lässt auch die Jungen spielen. Er hat den Mut, was natürlich wichtig ist, wie Gavi und wie sie alle heißen, um weiter eine Spielpraxis zu erhalten, denn auf das muss das natürlich aufbauen. Und würde einfach mal sehr, sehr gut passen. Natürlich auch gerne mal eure Meinung rein. Und in der Bundesliga habe ich auch noch einen Verein. Die haben zwar vor kurzem einen neuen Trainer geholt mit Niko Kovac, und zwar der VfL Wolfsburg. Aber irgendwie könnte ich mir auch mal vorstellen, dass Wolfsburg sich da mal endlich sagt, ey, wir brauchen endlich mal einen Trainer, der hier mal richtig was aufbaut. Und dafür ist Löw natürlich auch bekannt, dass er das kann. Ich meine, er hat es bei Deutschland über Jahre gemacht. Und er wäre halt auch mal ein richtiger Trainer, ein richtig guter Trainer. Weil bei Wolfsburg habe ich manchmal das Gefühl, dass die Trainerwahl nicht so geil ist, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt auch von Kovac in der jetzigen Phase nicht so überzeugt, aber vielleicht löst er es ja noch besser. Und irgendwie könnte ich mir in der Bundesliga ihn mir nicht wieder bei Stuttgart oder so vorstellen, oder bei Schalke oder sowas. Da sehe ich Löw überhaupt nicht. Es muss schon auch ein Team sein, das ein bisschen Ambition hat. Und es wäre schon interessant, Löw auch bei Wolfsburg zu sehen. Vielleicht ist es auch ein ganz abwegiger Gedanke, aber irgendwie kann ich es mir gut vorstellen. Kommen wir zum nächsten Trainer. Maurizio Pochettino, über den habe ich ja eben schon geredet. 50 Jahre alt, seit dem 5.7.2022 verfügbar, wurde unter anderem französischer Meister mit PSG 2022-21 die Saison, hat den Superpokal und den Pokal in Frankreich gewonnen in der Saison 2021. Und ja, wo sehe ich Pochettino? Seine beste Zeit würde ich trotzdem sagen, hatte er bei Tottenham. Dort kam er so ein bisschen auf die Weltbühne, ist dann ja zu PSG, hat zwar ein paar nationale Titel geholt, aber man muss ganz ehrlich sagen, PSG, Pochettino, das war überhaupt nicht gut. Und ich sehe ihn definitiv nicht bei ganz großen Klubs, wie es PSG war. Also ich sehe ihn nicht bei Juve oder bei Inter oder Barcelona oder Dortmund oder so. Da sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn schon bei Klubs mindestens ein, eher eineinhalb Stufen drunter. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, einmal Wolverhampton, weil die spielen ja wirklich keine allzu geile Saison. Bei den Wolves läuft es einfach momentan nicht so gut. Die sind in Abstiegsnot momentan, muss man sagen, obwohl die so ein Monster-Team haben. Also ein Monster-Team ist jetzt relativ, aber die haben halt ein extrem krasses Team, aber spielen halt in der Premier League. Und da bist du halt trotzdem Abstiegsgefährdet teilweise mit solchen Kadern. Aber es wird natürlich vom aktuellen Coach zu wenig rausgeholt. Und da könnte ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen, muss ich sagen, bei den Wolverhamptons, weil er natürlich auch die Premier League kennt und Co. Oder, und das wäre auch super interessant, ich weiß halt nur nicht, ob es finanziell möglich wäre, Fiorentina. Weil Fiorentina ist so ein Team, die haben einen guten Kader, die haben nicht den krassesten Kader, aber schon so ein Kader, wo man sagt, ja, die sollten auf jeden Fall einstellig sein und vielleicht ein bisschen schnuppern am europäischen Geschäft. Aber wenn man sich die letzten 5, 6 Jahre von Fiorentina anguckt, es ist eine Katastrophe, was aus dem vorhandenen Spielermaterial, und die hatten ja zeitweise Leute wie Bernadeschi, der da durchgedreht war, Kieser, sie hatten Vlachovic, sie hatten Kastrovilli, der zwar jetzt nicht ganz den Durchbruch geschafft hat, aber der auch mal richtig stark war. Sie haben immer, auch Milenkovic hatte schon mal Phasen, wo er echt richtig, richtig gut war. Die haben auch jetzt einen guten Kader, haben für mich sinnige Transfers gemacht, und trotzdem ist Fiorentina halt, ja, irgendwie so ein bisschen das overratedste Team der Serie A, kann man fast schon sagen, weil man einfach nie das Potenzial nutzt. Und da könnte ich Pocatino mir auch gut vorstellen, endlich mal dort hinzugehen, was Richtiges zu installieren, ein gutes System, und eben mit Fiorentina nach und nach eben die Schritte zu machen, Richtung Europa-League-Plätze, oder also allgemein europäische Plätze. So eine Aufgabe könnte ich mir für ihn auch vorstellen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal diese ganz, ganz großen Angebote kriegt. Dafür war einfach auch das, was bei PSG zuletzt war, einfach schwach, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu einem weiteren deutschen Trainer, und zwar Thomas Tuchel, 49 Jahre alt, seit dem 7.09.2022 frei, das war ja ein bisschen überraschend für viele, wurde mit Chelsea 2021 Champions League Sieger, UEFA Supercup hat man 2022 gewonnen. Er hat mit PSG damals alle nationalen Titel geholt, und hat ja auch unter anderem mit dem BVB einen DFB-Pokal geholt 2017. Tuchel natürlich auch einer der heißesten Kandidaten auf dem Trainermarkt. Es war durchaus überraschend, dass Chelsea die Reißleine gezogen hat. Für mich immer noch verständlich, auch wenn vieles unverständlich war. Es gab schon Gründe, warum man es hätte machen können, warum auch nicht, aber da kann man ja immer diskutieren. Er ist verfügbar. Und wo sehe ich Thomas Tuchel hierbei? Ist es so, dass ich Tuchel gerne eigentlich bei einem Klub sehen würde, aber man weiß ja, hier sind dann News, der damals schon gewesen, oder Gerüchte, dass Tuchel zumindest interessiert sein soll, Southgate zu beehren bei der englischen Nationalmannschaft. Und hier kann ich allgemein sagen, ich kann mir Tuchel gut als Nationaltrainer vorstellen. Vielleicht sagt er sich auch, ey, ich will nicht mehr das Tagesgeschäft, diesen ganzen Stress und Co. Ich habe jetzt die Champions League gewonnen, ich war bei PSG, habe dort national alles abgeräumt, ich habe mit dem BVB eine ordentliche Zeit gehabt, bei Mainz davor war ich ganz gut. Vielleicht will er das ja auch, und wenn er natürlich immer noch aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen rausgehen will und nur noch Nationalmannschaft machen will, wäre es super interessant. Dann ist natürlich England das Erste, was einem im Kopf kommt. Das wäre super, super interessant, Tuchel bei England zu sehen. Aber wenn wir nochmal bei Verein sind, könnte ich mir zwei andere vorstellen. Und zwar Nummer 1, Juventus Turin. Ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken mit bei, aber Tuchel ist halt jemand, der passt perfekt zu Juve. Weil Tuchel ist ja kein Trainer, der offensives Feuerwerk, volle Pulle nach vorne, sondern er kommt aus einer geordneten Defensive, hat ja bei Chelsea auch dieses 5-2-3-System spielen lassen. Er kommt aber eher aus einer geordneten Defensive, mag einen strukturierten Spielaufbau, trotzdem mit Tempo, trotzdem auch mit Pressing und Co. Einfach jemand, der eigentlich von der Philosophie gut zu Juve passt, nur, dass er erstens endlich mal ein ausländischer Trainer wäre, weil ich brauche unbedingt mal einen ausländischen Trainer langsam bei Juve. Und er lässt junge Spieler spielen. Er hat kein Problem damit, junge Spieler reinzubringen. Er hat kein Problem damit, wie Massimiliano Allegri wirklich den Jungen auch das Vertrauen zu geben. Und wenn ich mir allein vorstelle, Miretti, Fagioli, Rovella nach seiner Laie, Illing Junior, Solé, was weiß ich, Ake, und wie sie alle heißen, dass die endlich mal eine echte Chance haben. Wie bei Chelsea, Hachinodoy, Rhys James, Chabeloa, und Loftus Cheek, den er irgendwann richtig eingebaut hat, und, 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 und. Einfach, dass die Eigengewächse wenigstens eine Rolle mal richtig spielen. Und nicht wie bei Allegri nur reinkommen, wenn er denkt, ah, das Spiel ist eh rum, wir sind eh 4-1 hinten. Jetzt kann ich auch die Jungen reinwerfen. Ich will nicht ragen. Deswegen, das wäre ein Traum. Könnte ich mir auch super vorstellen, Tuchel bei Juve. Leider glaube ich, dass die Juve verantwortlich so dumm sind und weiter mit Allegri weitermachen. Wo ich mir ihn auch noch gut vorstellen könnte. Sorry, ein bisschen Frust ist einfach da. Barcelona, da könnte ich ihn mir auch vorstellen. Großer Name, kann wie ich, eigentlich alles, was ich gerade zu Juve gesagt habe, würde zu Barcelona einfach auch passen. Vielleicht mit der Spielidee und der Identität von Barcelona. Das würde so ein bisschen clashen vielleicht. Aber ich denke, dass Tuchel da auch adaptiv genug ist, auch noch einen Ticken offensiver vielleicht spielen zu lassen. Aber ich denke, grundsätzlich passt der gut zu Barca auch an sich. Er wäre auch dann halt wieder, wie ähnlich ich es gesagt habe, mit Joachim Löw, ein erfahrener Trainer für Barcelona nach Xavi. Und der letzte Trainer, ihr könnt euch den denken, oder? Zinedine Zidane, 50 Jahre alt, seit dem 30.06.2021 verfügbar. Dreimal hintereinander als erster Trainer, seitdem es Champions League ist und nicht mehr ein Landespokal, der die Champions League hintereinander gewonnen hat. Und das dann gleich dreimal hintereinander. Zweimal spanischer Meister, zweimal UEFA Supercup, zweimal spanischer Superpokal, lediglich eine Sache hat er nicht gewonnen und das ist die Copa del Rey. Aber ansonsten hat er mit Real Madrid alles abgeräumt. Ich glaube, FIFA Club WM auch, aber das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Das ist auch geschenkt, dieser Kack-Wettbewerb. Aber auf jeden Fall, Zinedine Zidane, wo sehe ich den? Und das ist vielleicht jetzt eine große Überraschung, aber ich habe mir mal Dortmund aufgeschrieben. Das ist jetzt eine fette Überraschung und das ist vielleicht auch ein Szenario, was nicht so realistisch vielleicht ist, aber vielleicht auch doch. Aber ich dachte mir einfach, okay, sagen wir Dortmund, es klappt mit Terzic nicht und du brauchst dann einen erfahrenen Mann, du hast jemanden, der verfügbar ist. Zidane ist unter anderem auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass sie Tuchel holen, ich glaube irgendwie nicht, dass sie Joachim Löw holen. Pochettino sehe ich bei Dortmund auch nicht, um echt zu sein und vielleicht wäre dann ja mal Zidane was, vielleicht doch ein großer Trainer, nachdem man es jetzt mit sympathischen Lösungen wie Rose probiert hat, mit Terzic, vielleicht sagt man bei Dortmund doch, ey, wir wollen doch mal einen internationalen großen Namen und da würde ich Zidane sehr, sehr interessant finden, vor allen Dingen, weil er halt auch dafür bekannt ist, wirklich eine Mannschaft gut formen zu können, die richtig Struktur hat. Das, was Dortmund ja eigentlich so ein bisschen fehlt, sie sind immer jung, wild und attraktiv, immer spielen nach vorne, aber die Struktur, um wirklich mal was zu gewinnen, wenn man das wirklich mal angehen will, dann braucht man halt auch einen Trainer dafür und so jemand wäre sie dann auf jeden Fall. Der nächste, den ich mir aufgeschrieben habe, da habe ich aber so Serie A, Inter oder Juve, je nachdem, wer vielleicht zuerst den Trainer entlasst, weil Insagi, auch wenn er im Champions League ist, gut läuft, ist auch nicht um uns stritten und ich könnte mir irgendwie bei beiden vorstellen, klar hat der Juve Vergangenheit, aber das sollte da jetzt nicht groß reinspielen, dass er dann sagt, nee, ich kann nicht zu Inter gehen, dieser ganze romantische Schwachsinn, vergiss den mal. Also ich könnte mir bei beiden vorstellen, also bei einem großen Schwergewicht in der Serie A, theoretisch könnte ich mir auch bei Milan vorstellen, aber die brauchen natürlich keinen Trainer, dementsprechend Juve oder Inter oder hier aber nur, wenn Klopp zurücktritt oder Liverpool echt so verrückt ist, ihn zu feuern, Klopp bei, äh, Klopp sage ich schon, Zidane bei Liverpool. Das wäre auch noch ein Team, wo ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass Zidane jetzt nicht Olympique Lyon übernimmt oder, keine Ahnung, Fiorentina übernimmt oder so, sondern, dass er wenn big, big, big was übernimmt. Es gibt natürlich auch Gerüchte, dass er vielleicht Frankreich übernimmt. Das würde ich nicht so fühlen, sage ich ehrlich, wenn er nach Real Madrid direkt Nationaltrainer wird. Aber es ist natürlich alles im Bereich des Möglichen. Ja, Leute, das auf jeden Fall dazu. Das waren, wie gesagt, alles nur meine Gedankengänge, keine ganz nahen Gerüchte und Kurbel, außer vielleicht Tuchel und England. Das war ja mal ein klares Gerücht so. Aber ansonsten waren es eher so Gedankenspielchen, wo sehe ich diesen und diesen Trainer dort. Wird euch das Ganze gefallen. Euer Veloz schmelzt sich wie immer ab und bye, bye.